Musik 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 Ganz kurz Ich war gestern um abends unterwegs mit Kiwi Musik 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 ganz ganz wichtig und wasser kaufen und cheetos kaufen ja ja also leute wir machen uns auf den weg und wir beginnen jetzt unseren tag wir fahren jetzt machen meine haare wir machen heute ich zumindest viel viele fit pics ich schwöre ich wollte mit einem fit rausgehen und kiwi sagt so machte nur ein bild und dann einfach dazu genötigt dass wir alle drei outfits mitnehmen alle bilder aber wichtig wichtig ich habe vergessen das war gar nicht ich bin gespannt die anderen haben da irgendwas anderes Rating, was sagst du am Essen? Gesund. Rating, 1% gesund. Er war normal, er hat nach nichts geschmeckt. Also 4 von 10? Also weil es gesund war, nur stabile Sets. Das heißt ja, Leute. Was sagst du? Gutes Rating? Richtig lecker sogar. Ja, ja. 8 von 10. Okay und wir essen noch, wir müssen noch gucken. Okay, hier geht's zum Friseur, wir kommen gleich. Stand. Ja Leute, also Essen. Was sagst du? Das war? Stabile, ich fand es sehr, sehr geil. Stabile 8, aber es ist Knoblauchlastik. Es fack. Ich sag auch stabile 8, Kaffee war sehr geil. 9 von 10 für den Kaffee. Also ich sage mal, overall Rating, der Schuppen kriegt eine 7 von 10. Werf, Werf. Da waren wir. Ja. Wir sind hier jetzt beim Friseur. Wir flechten gerade schon seit einer Stunde Kiwis Haare. Sieht sehr, sehr wild aus. Und wir werden euch... Ich glaube wir zeigen euch ein bisschen. Aber ich glaube so das ganze Endergebnis werden wir dann beim Shooting sehen. Aber es dauert auf jeden Fall sehr lange. Aber es sieht richtig, richtig, richtig cool aus. Wir sind dann. Bist du glücklich? Ja. Super happy. Hallo. Heute bin ich am vloggen. Willkommen auf meinem Channel. Ähm, KiwiXPV. Fokus auf mich, nicht auf du bitte. Tschüss. Wir essen gerade. Cheetos, Löffel. Dürft ihr das zeigen? Natürlich. Wir haben gerade meine Haare gemacht. Wir saßen 3 Stunden dran. Auf jeden Fall. Haare sehen sehr gut aus. Sehr stabil. Oh Leute. Lecker, lecker lecker. Also wir haben hier... Tacos, Tacos, Tortierchips, Burritos. Von wem sind die Tortierchips oder sind die einfach dazu gekommen? Keine Ahnung, die sind einfach dazu gekommen, oder? Drei Stück sind vielleicht ein. Geil. Sehr, sehr lecker Leute. Guten Appetit. Oh Leute. 9 von 10. 9,5 von 10. Eine 10 von 10. Schwierig zu vergeben, aber die waren sehr geil, die Tacos. Richtig richtig lecker. Ich sag auf. 9... 9 von 10. 10. 10. Oh mein Gott. 8 von 10. 8 von 10. Leute, ich glaube Durchschnitt sind wir wieder bei... 9. 9 von 10, Leute. Bis jetzt das beste Essen hier an der Stelle. Also. Sehr, sehr lecker. Und gleich. Gleich fahren wir zu Santa Monica oder wo wollten wir hin? Ja. Santa Monica Pier gleich. Sehr, sehr geil. Grüß dich auch. Kommt euch das T-Shirt bekannt vor? Äh, ich sag schon das T-Shirt. Kommt euch die Typo bekannt vor? Die OGs unter euch. Das erste Trend, das weiße, das Pacific Team. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt hier am Venice Beach. Die anderen beiden machen gerade Fotos. Alter, zieh dich das rein. Da ist der Skatepark, den eigentlich jeder kennt. Die haben wir jetzt hier. Die sind 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 hier random lang gefahren. Hier ist so ein kleiner Flugplatz und sieht todes geil aus, Fotos zu machen und einfach allgemein sieht sie geil aus. Look at this. Tschüss. Oh Leute, ich schwöre, ich bin so tot, ich schlafe hier gleich ein, stehend. Wir holen jetzt auf jeden Fall... Du sagst mir, es ist zugefällig, wenn du nichts war. Ach, Quatsch. Wir holen jetzt unser zweites Model ab vom Flughafen. Viktor. Der wird aus einem blaues Wunder erleben. Wir holen jetzt unser zweites Model vom Flughafen ab und... Wir haben keinen Schlaflas für ihn. Und dann müssen wir noch essen, ey. Wie viele Zimmer sind dann Joshua Tree? Leute, ich stelle euch den Bruder mal vor. Willst du dich an den Vlog vorstellen? Yo, ich bin Vicky und ich bin in LL right now. What's up? Also Leute, das ist er und wir gehen jetzt was essen. Korean BBQ. Und mal sehen, was wir da noch machen. Komm, mach mal den Vlog. Hallo Leute, wir sind jetzt beim koreanischen Restaurant mit Amora und ihren Freunden. Die einheimischen. Und die essen jetzt Dumplings. Kommentiert, wenn ich weiterhin diesen Kanal übernehmen soll. Ich bin besser. Boah, essen Leute, dieses Chicken Popcorn war eine solide 7 von 10. Kann man machen. Wir holen uns jetzt noch schnell was von 7-11 und dann geht's direkt schlafen. Also Leute, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen. Schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Abo daumen. Wir sehen uns morgen wieder. Und morgen geht's nach Joshua Tree fürs Shooting. Dann geht endlich mal das Shooting los und nicht nur das Chillen. Also Leute, wir sehen uns. Oh, Looks.